Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Mittag in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 20.700 US-Dollar. Wir sehen eine leichte Erholung bzw. eine größere Erholung, vor allem bei den Altcoins momentan. Was das für Auswirkungen hat, warum, wieso, weshalb, werden wir uns jetzt im heutigen Update auf jeden Fall anschauen. Ansonsten, Reminder, heute Abend 19 Uhr wieder Livestream auf YouTube. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche oder sonstiges habt, sprechen wir alles dann heute Abend im Livestream. Also, wenn ihr Zeit habt und Lust habt, natürlich gerne vorbeigucken. Außerdem werden wir uns dann heute noch ein paar Altcoins im Update-Video angucken, nachdem ich euch ja gestern gefragt habe. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, gerne immer unten in die Kommentarspalte schreiben. Ansonsten lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und die Glocke, dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt. So, genug gelabert. Jetzt geht's zu den Charts. Momentan, wie gesagt, 20.700 US-Dollar. Wir sehen eine leichte Erholung, nachdem wir in den letzten Tagen schon mal darüber gesprochen haben, dass es sich hier möglicherweise um Inverse Head & Shoulders bilden könnte. Ich bin da aber momentan sogar noch ein bisschen vorsichtig, einfach aufgrund dessen, wir haben einen relativ hohen RSI dafür schon. Also, wir sind schon hier auf dem 4-Stunden-Chart über 50. Volumen ist deutlich abgehend. Also, es sind jetzt nicht unbedingt die Zeichen, wo ich sage, okay, ich wünsche mir jetzt hier auf jeden Fall einen Reversal. Also, es sieht momentan zwar danach aus, zumindest, dass wir in die Region zwischen 22.000 und 23.000 US-Dollar erst einmal vorstoßen könnten. Hier wird's dann natürlich interessant, kriegen wir unser Breakout, dann ist auf jeden Fall das Preisziel zwischen 24.000 und 26.000 US-Dollar für eine mögliche Long-Position. Ihr wisst, ich habe meine Swing-Position weiterhin offen, die mittlerweile bei 20.600 oder 20.400 Entry ist. Die bleibt offen, würde ich dann aber zum größten Teil wirklich, wenn wir solche Kurse sehen würden, bei ungefähr 24.000, 25.000, 26.000 US-Dollar, würde ich den größten Teil schließen und einen Stop-Loss auf Entry setzen, um einer möglichen Korrektur da schon mal was vorwegzunehmen. Trotzdem sieht es momentan ganz gut aus, dass wir zumindest jetzt im Laufe des heutigen Tages, ihr müsst wissen, wir haben Donnerstag, morgen ist schon wieder Freitag, dann geht es schon wieder Richtung Wochenende, dass wir ein CME-Gap bilden könnten, sieht es meines Erachtens positiv aus. Und fraglich ist, wir brauchen halt wirklich deutlich mehr Handelsvolumen hier im Markt, das sehen wir zumindest auf dem 4-Stunden-Chart nicht, auf dem 1-Stunden-Chart ist es sogar noch dramatischer, also ihr seht hier wirklich überhaupt kein Volumen, was hier reinkommt, der RSI im 1-Stunden-Chart geht schon wieder hier in den 60er, 70er Bereich, also es sieht nicht gut aus, ob das hier wirklich nachhaltig ist, deswegen bin ich meines Erachtens weiterhin deutlich short gerichtet momentan, die Shorts laufen auch noch, die ich bei ungefähr 21k aufgemacht habe bei Bitcoin, Stop-Loss auch hier Entry, also sollte hier wirklich racked werden, dann mache ich hier auch erstmal nichts auf. Trotzdem müssen wir hier wirklich noch ein bisschen vorsichtig sein, was das Ganze anbelangt. Also der Bereich, was jetzt auf jeden Fall zählt, das können wir mal ganz kurz einzeichnen, um ein mögliches Inverse Head & Shoulders zu traden, wobei ich da immer echt bei Breakout-Trades wirklich aufpassen würde. Ich verbinde wieder die Wigs, weil ich da einfach sehe, okay, da oben liegen die Stop-Losses, deswegen ist es für mich wichtiger, die Wigs, ihr könnt natürlich auch die Kerzenkörper nehmen, macht die da unterschiedlich, aber hier wäre es auf jeden Fall wichtig, den Bereich von 21.200 US-Dollar zu durchbrechen. Dann kriegen wir hier ein Close, dann wird der RSI wahrscheinlich deutlich übergekauft sein, also da müssen wir wirklich, wirklich aufpassen. Plus gleichzeitig liegen hier auch die 4 Stunden E-My Ribbons, die auch noch deutlicher Widerstand sind, also wir müssen hier echt aufpassen, dass wir hier nicht so einen Move kriegen, so ein leichtes Fakeout, bevor wir dann hier wirklich die nächste Welle wirklich in diesem Bereich zwischen 17.000 und 18.000 US-Dollar nochmal sehen. Halte ich momentan sogar ein bisschen für wahrscheinlicher, dass es erst nochmal einen Satz nach unten gibt, bevor wir hier ein gültiges Breakout zumindest mal vorübergehend nach oben hinkriegen. Ansonsten aufs Volumen achten, RSI beachten, ob wir hier dann wirklich rejected werden, vor allem, ihr seht hier noch so eine kleine 4 Stunden Supply Zone plus 1 Stunden Supply Zone ist hier auch noch im Umlauf. Bei, wo haben wir es denn, 21.700 bis ungefähr 21.800 US-Dollar, wo wir schon mal rejected wurden, liegt alles hier in diesem Bereich. Also solange wir keinen wirklichen Close über 22k haben, gehe ich nicht davon aus, dass wir in Richtung 24.000, 25.000 US-Dollar steigen können. Ansonsten, Preisziel wäre zwischen 24.000 und 26.000, hier müssen wir dann weiterschauen. Gut, so viel dazu, mehr gibt es momentan nicht zu sagen, also es wären jetzt die zwei Szenarien. Ich bin weiterhin eher für Downside aufgrund FED und allen möglichen Drum und Dran und den ganzen News. Deswegen nicht überhebelt jetzt bitte in irgendwelche Longs reingehen, wenn dann wirklich mit bedacht. Wartet vielleicht hier wirklich bis wir ein Close, ein 4 Stunden Close über der 21.800 US-Dollar Marke haben, bevor ihr hier vielleicht in größere Long-Positionen geht. Und dann seid ihr, glaube ich, auf einer sichereren Seite. Gut, dann Ethereum. Auch hier haben wir gestern über mögliche Rücksetzpunkte gesprochen. Auch hier, wie im fast gesamten Altcoin-Markt, sehen wir ein mögliches Inverse Head & Shoulders, wobei das bei Bitcoin und Ethereum weniger ausgebildet ist, meines Erachtens nach. Aber Bitcoin und Ethereum halten sich einfach gleich. Wir haben nicht dieses Void hier unten gefüllt, das heißt, hier unten liegt die Liquidität noch. Auch wieder so ein Zeichen dafür, dass wir uns doch eher Richtung Downside ein bisschen befinden. Neckline des Inverse Head & Shoulders liegt bei ungefähr 1.170 US-Dollar. Zählt natürlich auch hier das Gleiche. Wir müssen einen 4-Stunden-Close mindestens hier drüber haben. Wir möchten auch einen Kerzen-Close darüber sehen, bevor wir dann einen möglichen Retest kriegen und das Preis hier in Richtung 1.400 US-Dollar angreifen. Oder sogar ein bisschen minimal höher in den Bereich der 1.520er-Region. Das sind jetzt so momentan die Level, die ich auf jeden Fall im Blick behalte. Die Ethereum habe ich noch keinen Long aufgemacht. Auch hier nehme ich mich momentan ein bisschen zurück. Bitcoin dann eher, Ethereum müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. So, dann zu den Altcoins. Hier nicht wirklich viel bei Cardano momentan, deswegen lassen wir das mal hier ein bisschen aus. XRP, gleiches Spiel, wenig Bewegung. Wir befinden uns hier in einem klaren Downtrend-Versuchen. Hier zwar auch, also wer da hier Inverse Head & Shoulders erkennt, kriegt von mir einen Keks. Finde ich nichts momentan, wo ich hier sagen würde, okay, hier steigen wir ein. Nein, dann schauen wir einfach mal kurz unter die Kommentare, wer sich was gewünscht hat. Mr. XFID, also Alex, kenne ich, deswegen weiß ich, wer es ist, hat sich lit gewünscht, schon des Längeren. Und es tut mir leid, Alex, ich habe es echt immer wieder vergessen. Deswegen schauen wir uns das heute einfach mal kurz an. Ich habe schon vorher ein bisschen gespickt, vor allem auf den größeren Timeframes müssen wir hier mal gucken. Wir sehen hier diese langen Dochte, das heißt hier drüber liegen die Stop-Losses. Long-Position würde ich hier auf keinen Fall eingehen. Es sieht gut aus für zumindest einen kleineren Abtrend, weil wir hier höhere Tiefs bilden. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ansonsten nach oben hin wäre es wichtig, sage ich mal, dass wir diese Region hier oben auf jeden Fall noch mal abgrasen. Der Bereich von 1,32 Dollar, wenn nicht sogar minimal noch höher, 1,36 Dollar. Das sind so die potenziellen Short-Entries, wo ich momentan sehe, vor allem weil der RSI deutlich, deutlich übergekauft ist. Plus wir haben viel, viel weniger Handelsvolumen jetzt in letzter Zeit, deswegen Short-Entries. Das wäre hier in diesem Bereich um die 1,32 bis ungefähr 1,36, wo man hier mögliche Short-Szenarien drin sehen könnte. Gut, dann wurde sich noch Solana gewünscht. Auch hier momentan sehe ich zumindest nichts wirklich, wo ich jetzt sagen würde, okay, wir können jetzt hier in einen potenziellen Trade reingehen. So, das machen wir jetzt mal weg. Okay, 36 US-Dollar, wir haben den Downtrend gebrochen, gutes Zeichen, mit einem Retest. Volumen ist weiterhin ansteigend, aber auch hier haben wir das Problem. Wir haben einen relativ hohen RSI auf dem 4-Stunden-Chart. Ich sehe dann eher so einen kleinen Rücksetzer in dem, oder was heißt Rücksetzer, Pump noch in die Region zwischen 39 und 41 US-Dollar. Ihr kennt es, 200er SMA, EMA auf dem 4-Stunden-Chart war immer schon ein guter Indikator, wenn der RSI deutlich überkauft ist, bevor wir dann hier den nächsten Rücksetzer sehen könnten. So, und jetzt noch was privat. Also, was ich mir gewünscht habe, war Litecoin und Litecoin hat ja in letzter Zeit gut, gut performt. Wir sehen Unterstützungen hier in dem Bereich bis 40 bis 47 US-Dollar, wo genügend da sind. Auch hier ein kleines Void, also eine Ineffizienz. Hier bin ich trotzdem eher short gerichtet, hat mehrere Faktoren. Einerseits, wir haben hier nicht ganz diese Supply-Zone, die 1, 2, 6 und 8 Supply-Zone angetestet. Das heißt, die Liquidität hier oben muss noch abgegrast werden. Dann schauen wir uns nochmal das FIP dazu an, von unserem Höchstpunkt zu unserem Tiefpunkt. Sehen wir auch hier, Golden Pocket liegt in dieser Area. Also, ihr seht, hier ist eine Menge, Menge Confluence in diesem Bereich. Plus 4-Stunden-Chart, 200er SMA, 200er EMA liegt bei 59. Hier habe ich mich schon short orientiert, mit aber drei Entries. Das heißt, ich gehe jetzt hier in einen Short rein. Ich werde meine Position hier oben nochmal vergrößern. Plus nochmal kurz vor dem 200er SMA und 200er EMA. Und der Stop-Loss muss da drüber sein. Ich sage jetzt nicht die Positionsgröße oder sonstiges, aber ich teile mir das so auf. Ich bin jetzt hier mit 25% drin. Werde dann nach und nach auf 100% von meiner ursprünglichen Positionsgröße, die ich mir gewünscht habe, da erhöhen. Das ist so mein Plan. Ich bin hier short gerichtet, einfach aufgrund dessen. Ich will, dass der diese Liquidität hier oben abgreift. Plus das Golden Pocket. Plus die Stop-Losses, die hier drüber liegen. Und dann haben wir einen schönen überkauften RSI. Und dann können wir hier schön den Short-Trade mitnehmen. So, soviel dazu. Heute Abend mehr Altcoins. Haut eure Altcoin-Wünsche raus. Gerne in den Kommentaren, wenn nicht heute Abend beim Livestream. Altcoin-Update habe ich jetzt für Samstag, Sonntag geplant. Wenn ihr darauf Bock habt, also habe ich mir so überlegt, wenn ihr Bock habt, mehr Altcoins zu sehen, habe ich überlegt, einmal die Woche wirklich ein komplettes Altcoin-Update rauszuhauen mit euren Wünschen, wo wir wirklich dann alles besprechen. Also wenn ihr darauf Bock habt, Like da lassen und gerne unten in die Kommentare reinschreiben. So, ich habe heute wieder einen Zug drauf, Leute, ihr merkt es. So, dann zu den News, der Einstieg als Investor in die Kryptowelt, meine Learnings. Kann ich gut empfehlen. Also lest euch den Artikel gerne durch von Christopher. Ich werde ihn euch später, so ein, zwei Stunden nach dem Video, gerne noch in die Telegram-Gruppe reinposten. Wer noch nicht in der Telegram-Gruppe ist, kommt gerne rein, ist kostenlos. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, entspannten Tag. Schöne Gewinne. Glotze ich zu viel auf den Chart bei dem schönen Wetter draußen. Ansonsten, heute Abend, 19 Uhr Livestream. Freue ich mich. Bis heute Abend. Ciao, ciao. Stay Crypto.